Hallo, ich bin wieder mit Trezner und ich bin gut noch runter, ist egal, alle Freude, ich bin heute für ein kleines Fluffing-Game, und ich bin heute zusammen mit der Return to Freddy's Remake. New Game. Fixed. Fixed. Es ist gefixed. Entscheidend. Jo. So, dann geh mal ab hier, ab wie die Luzi. Mein Trinken ist leer, toll vorbereitet. Toll feier, First Night. Dann schauen wir mal in das Remake hinein. Falls es noch kommt. Buh-bye. Wut? Uh, hallo, hallo, uh, hey, glad you made it. How's your night, no worries. So, Peter, come on. Nevermind. The animatronics are acting up again. During the day, the TEO had the engineers work on the animatronics. Private Cove. Private Cove. Ice Age Private Cove. Congratulations. East Hall. Submit. Wes- 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 Weil sie ist so düster, Leute. Hauptsache mehr ein Jahr, ja. Yo, talk to me tomorrow. Hier kann ich sie nicht benutzen, in West Hall. In die East Hall kann ich's benutzen. Warum? Na Gott sei Dank gibt's für die sonst kein so Ding. So eine Wutmaschine. Aber die wird wahrscheinlich noch kommen. Ich hör links Geräusche. Hier sieht man doch gar keinen. Und hier geht rechts in der East Hall, rechts geht nicht. Im rechten Eck nicht. Im linken Eck geht's. In die linken Hall nicht. Ich versteh's nicht. Erzählt es jemand? Ich nicht. Ich versteh's nicht. 2am. Weiß geht die Zeit schneller rum. Das kannst du sparen hier. Rusty man. Ich versteh's nicht. Ob ich das länger durchhalte weiß. Ich hör schon wieder links Geräusche. Links höre ich auf jeden Fall Geräusche. Links höre ich Geräusche. Ab und zu mal. Aber noch scheint keiner da zu sein. Man sieht man, er kennt doch gar nichts in dem dunklen Loch. 3 Uhr. 3 Uhr. Ja klar. So können wir die Nacht auch rumbringen. Tja. 5 Uhr. 5 Uhr. 5 Uhr. Locker Flokig. Lockig Flokig. ich höre immer links geräusche leute aber sehen tue ich keinen und rechts kommt ja keiner, also kann nur von links kommen gehe ich mal davon schwer aus schwer hart, heavy eh, stopp guck, die Musik die Musik warum bin ich bei 56% war es nicht schon weniger kommt überhaupt einer wir haben vier Uhr und kommt keiner was ist das für ein Spiel ein Remake ja, was kommt keiner das macht mich ein bisschen misstrauisch ich höre immer ist überhaupt kein ich hab mir da jetzt wunderbar was darunter vorgestellt, weißt du ich höre immer geräusche links ich höre immer geräusche links ich höre immer geräusche ich kann sie nicht sagen hallo ich höre schon wieder geräusche immer auf der linken Seite höre ich geräusche leute hab doch die Uhrzeit geht schon rum wir haben fünf Uhr überlebt draus jemand die erste Nacht ich höre immer geräusche links Ich hab das schon früher als Kind, wo wir uns halt auf dem Jahrmarkt gestreift hat. War ich mit Autoscooter und so? Schon nie gemacht, so Drehorgel. Dem Typen hätte ich am liebsten hier das Teil hier genommen und angezündet. Jo, ist gut. Strike. Die zweite Nacht hängen wir noch dran, oder? Wenn wir schon dabei sind. Zeckenheit. Vielleicht kommt ja mal einer. Wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. Wenn es überhaupt noch kommt. Jetzt kommt er wieder und labert in einem Felsspann-Rucksack. Aber es tut sich nichts. Hallo, 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 hallo. Hey, äh, warum stehst du hier? Hast du mehr Vorstellungen in deinem Leben? Oh, anyways, I apologize for what happened three nights ago. I thought they, well, well, he was after me. Well, hopefully not. Anyways, it's just my problems. Nothing, nothing you should worry about. If you ever find an empty Freddy Fazbear head rolling around, that's from the previous location. We just use that for kids now. But considering the fact that it's been with us for years now, it's probably toxic. I wouldn't recommend it. I wouldn't recommend it. I wouldn't recommend wearing it for too long. Bug. Well, I have some news from the company. All the electronics have been fixed and no longer act unusual around adults. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. You have no light anymore. They didn't bring back the public from the old location. They found it a few days ago and thought it would be nice to bring something special. That's true. I've got all this, this, this picture. warum hier habe ich das in camp ich weiß wer dich von halten soll also wenn jetzt keiner kommt lieber schon zehn minuten auf bin ich bescheuert oder was die schauen sich doch kein Mensch ein hier ich habe gut gelacht er labert mir wieder in den festsparen Rucksack aber bitte auch mit der drehäugel sonst dreht es hier echt noch ab ich kann das geräusch nicht hören leute ich werde verrückt jetzt hat sich das spiel verabschiedet jetzt hat sich das spiel verabschiedet ja freunde das war der return to freddy's remake das spiel scheint noch so viele bugs zu haben dass der entwickler erstmal was tun muss weil so kann man ist es unspielbar auf einmal verabschiedet sich das spiel ja wo sie heute hier ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs zusehen wird mich freuen wenn ihr wieder einschaltet wenn ihr auf den mauskanal bewertet euch dieses video schreibt es in die kommentaren wenn ihr noch kein ahnung habt wenn ihr aufs köpchen pressen klicken press the head button to subscribe my channel also Glocke aktivieren in diesem Sinne genieße das Leben enjoy your life habt Spaß miteinander fauze nicht und bis zum nächsten mal sagts schön bei dir und fingerdigge rotz euer Rüstigerheiten hauseinke good bye ich hasse es